rezession wachstum und fördermittel das ist das thema dieser folge warum ich fahre mal mit einem beispiel an stellen sie vor sie sind auf der suche nach einem schönen grundstück einem gebäude drauf sie wollen nicht neu bauen aber sie wollen investieren und sie kommen eine gegend und eine zeit da sind die ganzen häuser marode und sie finden auch kein tolles objekt und irgendwann sagen sie sich naja ist auch egal ich schaue es mir auf jeden fall mal an und sie kommen auf ein grundstück das industriegebäude ist darauf ehemalige logistikhalle oder produktions gebäude egal was und es ist schon ziemlich baufällig und sie gehen das gebäude rein es wird immer gruseliger die türen hängen schon schief fenster sind zerschossen von irgendwelchen steinwerfern und produktionsmaschinen sind auch nicht mehr drin das alles abgebaut der rest ist verstaubt hier und da laufen schon paraten durchs gebäude es ist irgendwie alles nicht so richtig brauchbar eigentlich ist das ziemlich runtergekommen und sie denken sich boah das ist ja schrott hier da wollen wir mal lieber rausgehen und machen gar nichts oder sie entscheiden sich mensch das ist ja so weit runtergekommen da habe ich eine chance vielleicht mit dem verkäufer einen guten einkaufspreis zu machen vielleicht sogar dass er froh ist das für einen guten preis loszuwerden weil er müsste es ja irgendwie sanieren damit damit wirtschaften kann und sie überlegen sich also die chance zu ergreifen und sagen hey ich habe einen besseren einkaufspreis weil das ja so runtergerockt ist das gebäude und dementsprechend könnte ich einen guten hebelgewinn machen indem ich einfach das ersparte geld was ich nicht in den kaufpreis stecke in die sanierung stecke und vielleicht baue ich sogar produktionsmaschinen ein vielleicht schlicht so nach leute ein vielleicht lasse ich mir noch was neues im coolen geschäftsmodell einfallen und mit einmal ergibt sich eine ganz andere horizont situation das heißt sie gucken nach vorn und sagen hey das ist zwar jetzt ziemlich kaputt das gebäude aber wenn alle so denken dass das kaputt ist und keiner investiert dann habe ich ja einkaufsvorteile weil irgendeiner muss ja investieren sonst gehen wir ja mit der abwärtsspirale nach unten und sie sehen das sind also zwei varianten sie können dieses haus diese instruktur diese ganze immobilie auf dem grundstück als total zerrockt und marode ansehen und sagen tschüss ich warte mal ab was so passiert oder sie sagen mensch als klar ist eine bombennummer und werden investieren weil sie vielleicht gute finanzierungskondition bekommen weil sie für fördergelder nutzen was für ein zufall dass das hier der fördermittelbereich ist und sie werden vielleicht leute einstellen und sagen hey schaffen arbeitsplätze schaffen vielleicht neue arbeitsfelder von berufszweigen die es noch gar nicht gab weil sie einfach tolle ideen haben den kreativ und stemmen sich so gegen den abwärtsmarkt sagen sie was hat das mit rezession zu tun so ist das auch in der rezession warum es gibt natürlich eine technische rezession nominale rezession brauchen wir gar nicht jetzt wissenschaftlich runter zu brechen können wir alles gerne mal in der diskussion führen ob das sinn oder zweck hat entscheiden ist doch jetzt ist aktuell deutschland also nach einer technischen beschreibung in der rezession das ist also quasi gestern schon mal veröffentlicht worden lag die ganze zeit ja im raum erst sollte es abgewendet werden dann nicht und was heißt das eigentlich alle reden immer drüber und erkennen die chancen darin gar nicht und das ist wie mit dem gebäude warum wenn sie keine ahnung haben weil sie das einfach nicht richtig erkennen können weil sie einfach mit den falschen leuten zusammen sind die immer irgendwie negativ rumhängen dann können sie auch keinen chancenblick entwickeln und chancenblick das ist das was man in der rezession super super gebrauchen kann warum ich mache mal folgendes beispiel stellen sie vor ich sage ihnen die rezession beschreibt den wert der produzierten waren und dienstleistung in einem land das ist der vorteil für das oder dass die beschreibung für das bruttoinlandsprodukt das bruttoinlandsprodukt ist also der wert der geschaffenen waren und dienstleistung die bezahlt worden sind dazu gehört nicht die schwarzarbeit dazu gehört nicht das hobby dazu gehört nicht unentgeltliche arbeit also das was irgendwie in geld von a nach b wechselt dann sagen sie was heißt das naja ein land das viel ware und dienstleistung produziert im inland erstmal das macht es ja nur wenn es irgendwie verkaufen kann in land ausland ist erstmal egal das heißt ein land das ein hohes bruttoinlandsprodukt hat hat eine hohe menge an waren und dienstleistung die werden ja abgesetzt sonst würde ja keiner mehr ware und mehr dienstleistung produzieren und anbieten sie werden schon das wachstum eines landes bruttoinlandsprodukt genannt ist die zusammenfassung aller dienstleistungen und warenherstellungsprozesse in einem land wenn es heißt was hat mit rezession zu tun also in der rezession geht dieses bruttoinlandsprodukt innerhalb von zwei quartalen zurück so das haben wir jetzt jetzt haben wir sechs monate also eine senkung der bruttoinlandsproduktwerte und dann schreien alle oder viele oh gott jetzt haben wir rezession das heißt also es wurde weniger ware und weniger dienstleistung produzierten zur verfügung gestellt weil der absatz in stocken gekommen ist wie kommt es der absatz in stocken okay aktuell ist es jetzt keine wirtschaftswissenschaftliche hellleitung nötig inflation die preissteigerung der letzten monate und jahre hat dazu geführt dass die leute sagen oder viele nicht alle das übrigens sehr interessant ist ein großer teil der investiert und ein aber noch größerer teil der nicht investiert oder nicht kauft das gilt für endverbraucher wie für auch unternehmen also es gibt jetzt schon unternehmen seit jahren die investieren immer weiter 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 und achten nicht auf das politische geschwafel ob rezession oder nicht oder wirtschaftswissenschaftler denen ist das völlig egal was gesagt wird warum die haben ihre pläne vor jahren schon festgemacht und können gar nicht so schnell auf die rezession reagieren das heißt so ein werk baut sich deswegen nicht ab oder langsamer nur weil irgendwo draußen jemand schreit ja das bruttoinlandsprodukt wurde quasi abgeschwächt also noch mal die preissteigerung inflation genannt in diesem fall hat sich vergrößert das geld sitzt bei den leuten vielleicht ein bisschen knapper aber erst mal gedanklich warum eine große menge von menschen investiert ja weiter das können sie an den aktien indizes sehen die völlig abgekoppelt sind von dem thema rezession wenn sie heute aktuell mal vergleichen wir haben also jetzt ende mai dann können sie sehen wenn die alle von rezession quatschen warum steigt der dax oder tendiert einfach mal über 16.000 punkte rundum bei ja und selbst bei amerikanischen stress situation von überschuldungstatbeständen trotzdem wächst das das heißt es gibt also keine einzel lösung schwarz weiß zu sagen ja also wenn in deutschland rezession es geht die welt unter bei leiber nicht warum nicht die ganze welt ist in der rezession sondern erst mal primär deutschland und das erst mal technisch durch eine berechnung das heißt nicht dass sie ihr geld sparen sollten als unternehmer sowieso nicht sondern ein unternehmen ist kein sparschwein ich sag es noch mal ein unternehmen ist kein sparschwein das haben wir schon mal drei erkenntnisgewinne es gibt von einen chancenblick oder auch nicht das zweite ist wenn jemand von rezession spricht ist das quasi eine stagnation und ein rückgang schon mal in zwei quartalen von produzierten waren und dienstleistungen das wiederum kann eine folge sein von menschen die zu wenig nachfrage produzieren wenn sie sagen aber okay was ist da der chance draus was ist die chance ja die chance könnte sein wenn sie jetzt wissen dass waren und dienstleistungen weniger auf dem markt geworfen werden weil das eine folge ist von geringerer nachfrage in bestimmten bereichen nur nur in bestimmten bereichen nicht in allen dann wäre es doch sinnvoll zu gucken wie betrifft das ihr geschäft sind sie davon betroffen dass ihre bisherigen kunden und zukünftigen zielgruppen oder zielkunden weniger investieren sind sie davon betroffen oder was können sie denen andienen dass das besser wird wenn wir sagen ja ich könnte rabatte geben da ist immer schlecht ja rabatt ist eine stadt in marokko würde ich selten geben eigentlich nie wir machen das auch nicht warum das passt einfach nicht zu unserem geschäftsmodell wir haben eine klare struktur und dies für alle kunden gleich das problem mag ein anderes sein aber unsere kalkulation ist immer ähnlich was können sie vielleicht anders machen ist auch jedem fall gestellt aber die frage ist doch wie kommen sie jetzt mit diesen ganzen negativen gedanken der rezession und die ist bei den leuten ja im kopf drin das ist ja eine sache des mindset wenn sie jetzt jeden tag am sonntag abend die nächsten dumm batzen politik shows ich sage das so offen warum da wird ja nicht um lösung gearbeitet da wird ein thema tod diskutiert das hat sie erst mal im großen und ganzen hinter vorne gebracht hier ist aber zukunft unternehmen fördermittel podcast für unternehmen was können sie also machen sie können zum beispiel investieren er sagen es was heißt er mit dem jetzt los wenn alle von rezession reden ich sage ja alle reden nicht von ins rezession wir auch nicht na klar die mag da draußen sein aber deswegen fangen wir ja nicht an leute zu kündigen oder wir machen weniger produktion von wissen der automotive bereich fängt vielleicht an ein bisschen reduziert dazu arbeiten aber im großen ganzen läuft die karriere weiter nach vorne die chance also jetzt wäre doch zu investieren warum die politik wird ja jetzt irgendwas machen vielleicht ist eine mehrwertsteuersenkung weiß ich nicht ist mir auch egal ändert sich nicht ist für unternehmern durchlaufender posten das zweite könnte sein die banken könnten ihre zinsen sinken dann sagen sie oder ist das aber dran warum sollen die denn das machen naja wenn ich die zinsen senke in deutschland unabhängig von globalen märkten dann haben die leute mehr liquidität und dann können die mehr ware ausgeben weil die mehr geld haben die können sich höher verschulden bei geringeren kosten also okay okay das ist schon mal nicht so uninteressant jetzt kommen wir zum thema fördermittel in der rezession so wie jetzt ist es in der rezession entschuldigung so wie jetzt ist natürlich das für der förderprogramm eine super nummer warum stellen sich vor sie haben vor eine software zu entwickeln und sie sagen mensch das kostet 500.000 euro in arbeitskraft leistung das sind so vielleicht zehn leute die da zehn monate lang jeden monat was programmieren und am ende sagen sie ja personalkosten wären das 500.000 euro dann sagen sie ja ist risikohaft wir wissen ja gar nicht wie der markt das annimmt selbst wenn sie eine marktanalyse haben wenn sie ein absatzprodukt haben wenn sie ein verdiebskonzept haben risiko ist ja immer im unternehmertum ich sage das jetzt mal so lässig in einem nebensatz aber das ist ja so ich habe vorgestern vortrag gehalten hannover am pfingstwochenende und dann habe ich auch gesagt wenn sie nicht ins risiko gehen haben sie nicht alles gegeben das ist eine alte story aus meiner alten leistungs profi meisterschaften ich habe immer 100 prozent risiko gegangen dann kann man auch gewinnen wenn man zweiter werden will dann hält man sich halt zurück kann auch gut sein ist eine sache der einstellung aber ich mag nicht so zweite plätze warum das an denen erinnert sich sowieso keiner und es ist auch emotional suboptimal einige sagen ja aber dabei sein ist alles so olympia ich sage ist auch nicht so mein ding ich trainiere nicht irgendwie zehn zwölf mal die woche um dann irgendwie vielleicht im hinteren feld zu stehen aber das ist eine andere sache eine frage wie sie als unternehmer auch nach vorne gehen wollen als gründer als startup wollen sie da vorne mitspielen wollen sie wellen bewegen oder wollen sie es immer in der mittelmäßigkeit versinken und sie die nächsten jahre wieder mal vorwürfe machen hätte ich damals mal investiert und das passiert mir nicht in der rezession viele halten ihre investition zurück zum thema auch dieses software beispiel sich für das mal kurz aus der mannschaft zehn leute zehn monate kostet 500.000 euro produktion von einer oder entwicklung von einer software wenn ich jetzt sage ja wenn das neuartiges schöpferisch wenn das innovationsgehalt hat wenn es jetzt nicht standard ist und ein bisschen qualifikation zur neuerung hat dann könnte es sein dass ein staat wie in deutschland ihnen einen zuschuss gibt als geschenktes geld vom staat von circa 50 prozent was naja das ist regelmäßig habe ich auch im vortrag gesagt und dann sagen sagen das kann sein sagt doch dafür sind fördergelder da nicht um die rezession zu kompensieren sondern um wachsende unternehmen zu unterstützen fördergelder sind für unternehmen die clever schlau und wachstumsorientiert sind dann sage ich ja beim corona haben doch auch so viele fördergelder bekommen ja das ist eine sonderlocke wir machen ja kein corona haben soll ich gemacht warum wir sind für investitionsbereiche tätig und das seit jetzt über 28 jahren und nicht für rückwärts gerichtete fehlinterpretation das ist nicht böse gemeint aber wir haben in der zeit von corona keine corona hilfen beantragt für unternehmen sondern wir haben trotzdem weiter förderprogramme für unsere kunden aktiviert wie gerade das beispiel mit der software dann sagen sie wie noch mal sagen 500.000 euro personalkost und der staat gibt ihm 250.000 euro als zuschuss geschenktes geld dazu dann sagen sie das mache ich sei ja okay das ist ja nicht so einfach so mal geld vorher zu halten die reihenfolge wäre man holt sich eine durchfinanzierung über die 500.000 euro dann spart und schon dass ihren cashflow dann wird der antrag gestellt auf den zuschuss da schon der zweite antrag der erste antrag war die durchfinanzierung von 500.000 euro kann man super mit günstigen förderkredit machen dann setzt man das team ein davon müssen sie doch nicht alle haben aber sie können ja schon mal einstellen wenn sie die einstellen schaffen sie mehr wachstum in deutschland damit kämpfen sie auch als unternehmer gegen die rezession das übrigens ein großer hebel wenn wir unternehmer alle mehr investieren würden und mehr gelder und löhne bezahlen könnten weil wir unsere preise erhöhen könnten wir den arbeitnehmern mehr geld finanzieren den arbeitnehmern also lohn geben und wenn die mehr lohn haben können die besser arbeiten warum denn sind die weniger unter druck also die erste aufgabe eines unternehmers sehe ich auch daran dass die arbeitnehmer ein cooles leben haben warum haben die ein cooles leben haben wir coole mitarbeiter das ist ja ganz einfach das ist ja eine wechselbeziehung und wenn sie ihre arbeitnehmer an personalkosten tief halten da haben sie vielleicht kosten erst mal das im personalbereich aber auf dauer wird das nichts das kann ihnen aus 28 jahren unternehmertum sagen sie müssen jetzt nicht jeden tag in die porsche vor die tür stehen damit sie gute leute bekommen ja so und dem motto ja ich will um 17 uhr zum yoga und um 13 uhr bräuchte pause um 9 bräuchte mal irgendwie ein latter matsche nein es gibt auch ganz tolle menschen die einfach nur arbeiten wollen die wollen einfach ein cooles leben haben und davon rede ich also noch mal zurück sie stellen also das leute einbauen software eine durchfinanzierung haben zuschussantrag und dann kostet das ganze spiel mit dem software entweich nicht 500 sondern 250.000 euro jetzt weiß ich dass neun von zehn unserer höhere neun von zehn ja sind in der waage zu sagen ja mache ich das oder mache ich das nicht zehn prozent unserer hörer investieren grundsätzlich nicht die hören diesen podcast beim umfrage macht und hören sich das gerne an weil sie es lustig finden wie wir reden was wir so tun aber die wollen gar nicht investieren die wollen unterhalten werden das ist auch okay ich spreche die 90 prozent an die sagen hey den impuls nicht mal mit also erster impuls ist trotz der rezession investieren dann sichern sie sich also kommen bei ihren wirtschaftsbereich sie können vorteile nutzen gegenüber dem wettbewerb denn wenn der aufhört zu investieren wird der ja schlechter natürlich ist das asynchron nur weil der heute aufhört in maschinen zu investieren ist der ja morgen nicht schlecht das verschiebt sich ja um monate manchmal um jahre aber wenn sie fragen wie sind wir sind unternehmen so in den letzten zehn jahren erfolgreich geworden ja weil die permanent investiert haben permanent sagen sie ja die letzten zehn jahre war deutschland auch super gesagt ja kann sein aber nicht für alle es ist einfach eine sache der einstellung sich nicht von der rezession beeinflussen zu lassen sie können anpassung vornehmen aber große investitionen werden wohl kaum sinnvoll sein von der rezession dementsprechend sich beeinflussen zu lassen weil sie ja daraufhin auch ihre und unter umsatzentwicklung geplant haben wir stellen sich vor sie machen keine software sondern sie wollen eine gebäudestruktur kaufen das eingangs beispiel ist so ein beispiel dann können sie sagen ja jetzt haben wir auch noch rezession inflation preisteuerung energiekosten sind gestiegen lohnkosten sind gestiegen ob ich mir das alles leisten kann na ja die frage können sich aber kaum theoretisch beantworten warum na ja wenn sie keine planunterlagen haben und keine förderprogramme nutzen dann wird es halt zu teuer die frage bei uns in der fördermittelberatung ist okay was wollen sie eigentlich machen ja ich will jetzt ein gebäude investieren trotz der rezession trotz inflation trotz 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 warum ist das gebäude bezugsbereit ist in sechs acht monaten dann ist die rezession schon längst vorbei ist es kurz vor weihnachten leute geben geld aus und vor allen dingen gute leute wollen gute geschenke kaufen also wollen die gute arbeitsplätze haben das heißt sie können heute schon das weihnachtsgeschäft beeinflussen bei sich im laden um der ecke egal was der unternehmer kann das beeinflussen so jetzt sagen sie ja es ist ja nicht ihre aufgabe irgendwie dem staat zu helfen sage ich naja der staat sind wir alle in der form und wenn wir unternehmer nicht investieren dann wird das ein bisschen dünn werden mit unserer politik die hilft ihnen ja nicht irgendwie neue produkte zu entwickeln oder irgendwelche arbeitsplätze zu generieren die stellten strukturen rahmen da und mit dem müssen wir einfach klar werden also können sich gleichmals über die rezession und inflation hinweg setzen an der können sowieso nichts schrauben die frage ist also wie ist ihr geschäftsmodell investieren sie in das gebäude und sehen den chancenblick und sagen das sanieren wir gibt es übrigens einen zuschuss für ja wenn sie für zwei millionen heute kaufen und noch für 500.000 euro sanieren kriegen sie in der regel zwischen 15 und 40 prozent zuschuss auf den sanierten teil das heißt sie haben gebäude für zwei millionen gekauft investieren nochmal 500 kriegen vielleicht 200.000 zuschuss dann haben sie ein unternehmenswertgebäude von 2,5 millionen aber nur 2,3 bezahlt dann warten sie die preisteuerung ab zwei drei vier fünf jahre mit einmal ist das gebäude vielleicht 2,8 millionen euro wert kannst verkaufen oder auch nicht das sind alles so hebelvorteile wenn sie jetzt tief einkaufen mein großvater hat immer gesagt im einkauf liegt der gewinn im einkauf nicht der gewinn das ist ja der vorteil des ganzen das haben sie ja in der hand und die förderprogramme gibt es als zuschuss als haftungsfreistellung als eigenkapitalergänzungsprogramm wenn sie sagen was ist ein eigenkapitalergänzungsprogramm kurzer exkurs eigenkapitalergänzung heißt sie haben vielleicht 500.000 euro eigenkapital und dann kriegen sie von der förderschule 500.000 dazu auf antrag bei entsprechenden qualifikationen das ist auch rückzahlfähig ist also kein geschenk vom staat aber die rückzahlung beginnt erst ab dem achten jahr dann sagen sie was ja ja sie kaufen also heute ein gebäude haben 500 selber haben kriegen 500.000 euro von der förderstelle kriegen noch was ich 1,x millionen von der bank dann haben sie eine kaufpreisfinanzierung für die immobilie dann kriege so ein förderkit für die sanierung ist 2,5 und sie fangen für über eine millionen euro erst an in achten jahren zurückzuzahlen ich weiß es ging jetzt sehr schnell aber da merken sie mal wir produzieren solche ideen am laufenden band wenn sie mit einer investitionsvorhabensprojekt beschreibung zu uns kommen oder uns über www.fördermittel-testen.de www.fördermittel-testen.de eine erste anfrage schreiben ist online brauchen sie nichts ausfüllen haben wir umgestellt für die jetzt sagen ja da muss man ein pdf ausfüllen auch das noch mal schnell aus wir haben das umgebaut sie können jetzt kein pdf herunterladen sie können das online über ein formular bei uns übertragen also vom handy direkt eintippen dann geht es bei uns in die bearbeitung ist auch cool haben andere auch schon seit jahren ist ja kein rocket science haben wir nur einfach uns jetzt mal bemüht ihnen das ein bisschen einfacher zu machen ihre geplanten investitionen von uns im fördermittel check gebührenfrei testen zu lassen das heißt sie haben also eine chance könnt ihr bei uns testen lassen gegen die förderprogramme ich habe das gerade mal so schnell durchlauf gemacht aber eins ist schon mal klar durch die rezession und da schließen wir den vorteil heute den vorgang entschuldigung den vorgang heute da kommen wir nur durch wenn wir investieren ja es kann auch steuersenkungen kommen es kann auch kreditkostensenkungen kommen es kann tausend sachen kommen aber entscheiden ist doch was machen sie was wollen sie in den nächsten zwei drei jahren sagen wenn sie auf den mai 2023 zurückgeblickt haben was wollen sie da sagen was soll das werden dass es alles so schwer war dass die welt so schlecht war die rezession und die politik nicht in den griff gekommen hat und wir tausend sachen zu regeln hatten ja das kann passieren die eine frage ist wollen sie wachstum da müssen sie investieren wollen sie stand bei dann hören sie halt auf aber bitte da nicht beschweren wenn sie in fünf jahren schlechter geht und ich glaube viele der hörer hier heute waren schon mal an dem punkt wo es wirtschaftlich suboptimal war um es mal nicht auszudrücken ja ich habe auch klein angefangen wir hatten auch schon schwankungen aber vor 15 jahren haben wir mit den schwankungen aufgehört vor 15 jahren haben wir geschäftsmodelle für uns selber entwickelt die wir auch unseren kunden gerne anbieten und übertragen wenn sie das möchten sie müssen nur nach fragen ja wir haben über 13.000 Lebensprojekte gemacht über sechs milliarden euro investitionsvolumen bei über einer milliarde euro zuschuss ich glaube wir sind ein cooler ansprechpartner mit der erfahrung von über 13.000 Lebensprojekten ich kann mir vorstellen dass wir ihnen einen mehrwert liefern können den sie so noch gar nicht vermuten könnten oder sogar wollten oder noch nicht gesehen haben dann ist es meine aufgabe deswegen auch dieser podcast hier also rezension rezession alles ganz lustig oder auch nicht entscheiden sie selber wenn sie aufhören zu investieren geht es nach hinten los warum sie werden auf jeden fall marktanteile verlieren weil irgendeiner wird investieren weil irgendeiner immer investiert und er investiert in ihrem markt der schaltet facebook ads kriegt mehr leads kriegt mehr kunden kriegt mehr gespräche stellt coole telesales ein stellt coole verkäufer ein und verkauft sein produkt an ihnen vorbei und im halben jahr fragen sie sich mist hätte ich mal auf den schimmelfeder von federconsulting gehört und hätte investiert hätte 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 ja bedauern rückwärts schafft keine lösung in der zukunft also ich weiß es war sehr direkt sehr schnell und flott durchgerübscht aber das gibt mir jetzt schon wieder sowas auf den keks da draußen wenn alle sich in so eine rezessionsglocke verschwinden lassen und sagen uiuiui das warten wir mal ab abwarten ist nichts für unternehmer kann hinaus erfahrung sagen nehmen sie das heft in die hand sie wissen dass bei mir ist immer zeit und geld in der hand wenn sie zeit und geld in der hand haben das sage ich seit über 400 folgen hier im podcast und seit über 800 folgen den videos die wir machen zeit und geld in der hand haben ist elementar dann können sie auch ihre zukunft besser einsteuern also hier war da kein schimmelfeder wenn sie fragen haben kontakt aufnehmen wenn sie wissen wollen ob ihre geplanten investitionen förderfähig sind dann schauen sie auf www.fördermittel-testen.de und dann sehen und hören wir uns an anderer stelle warum sie kennen das schon an der spitze ist immer ein platz frei also bis dann tschüss